Hallo Leute, wir sind's wieder, Hanna und Sarah von der FilmZ. Und heute ist es soweit, der große Tag, worauf wir alle gewartet haben. Die zweite Klasse dreht, das About Me. Und für alle, die gerade zu sind und sich denken, was ist ein About Me? Wir erklären es euch. Ein About Me ist ein kurzes Video, wo ihr euch und alles, was euch ausmacht, vorstellt. Und das ist nicht mehr so leicht. Hallo Laila. Hey, wie fühlst du dich, kurz bevor dein About Me dreht? Hey, ich weiß es gar nicht, wie ich mich fühle. Ich lasse mich einfach drauf ein, was kommt. Also ich sehe das About Me als eine Chance, sich vorzustellen. So wie man sich auch zeigen möchte. Ich denke, dass es die Chance ist, sich bei Menschen vom Markt zu zeigen und einen Eindruck zu hinterlassen. Und ja, wer weiß, vielleicht hat man das About Me so sympathisch gemacht, dass man Aufmerksamkeit erweckt hat, geweckt hat, geweckt hat und... Caro. Halbzeit, ha? Wie fühlst du dich? Ja, super. Läuft gut. Alle super top vorbereitet. Macht Spaß. Cool. Spass, Alter. Spass, Alter. Mein Gefühl ist ja gut. Ich hab's geschafft. Es geht eigentlich recht schnell voran. Weil jetzt müssen dann nur noch Es ist Monja ran, dann kommen noch Melanie und Jasmin. Und dann sind wir fertig. Krass. Hallo Melanie. Hallo. War der Dreh so, wie du es dir vorgestellt hast? Ja. Eigentlich schon. Nee. Ich hatte noch mehr Freude daran. Also jetzt beim Dreh. Ja, klar. Hallo Phil. Hallo. Was war heute deine Aufgabe am About Me Dreh? Heute habe ich die zweite Kamera geführt beim About Me Dreh. Das werde ich nachher dann auch zusammenschneiden. Mega cool. Wie war so... Oh, jetzt habe ich gerade das Wort vergessen. Wie war generell der Tag an der Filmzeit für dich? Es war eine... Sprachlos, hey? Sprachlos bin ich hier. Cool, danke. Für deine Zeit. Bitteschön. Tschüss. Oh. Ein mega spannender und intensiver Tag neigt sich nun dem Ende zu. Unser About Me ist im Kasten. Und wann drehst du denn About Me?